hallo spielte im badezimmer so ich würde taschenlampe und foto nehmen der videokamera und dann nämlich noch ein m m m m uv lampe ist noch genau so kann jeder einmal was sehen habe nämlich die nacht sich mit der kamera wie heißt der geist moment ich schaue eben nach der geist heißt jennifer garcia wir sind da jennifer garcia wir sind da jennifer also die hat vorhin oder oder wurzimmer ich habe eine tasse gehört jennifer garcia oder garcia wie auch immer jennifer garcia also hier das hier sehr wahrscheinlich ja ich gehe mal auf knochensuche hallo jennifer jennifer schreibt hoch also die wirft auf jeden fall schreib ins buch ja mit einem wunderschönen ohr äh jenni maus bist du da wo bist du wo bist du jenni süße sag mal was wo bist du wie alt bist du ja nie nicht knarzen wo bist du dort dort und orbs wo bist du will nicht reden ok wirst du mal versuchen mit ihr zu reden vielleicht mag sie mich einfach nicht können wir versuchen ja sie war alleine hat die gerade hast du die tür vor der nase zugemacht die hier die hand wo kann ich mich verstecken kommen mit am besten entweder hier im stuhl quetschen natürlich alles ausmachen nur falls hier hinterm schrank aber es kann sein dass er halt hier hinläuft dann sieht er dich nach ja ich hatte ich ein bisschen hinter dem sessel ist das sicherste weil ich weiß ja ich warte hier ja ich warte hier auf was äh hat einer von euch irgendwie äh wo ist denn die geisterbox hin äh wo ist denn die geisterbox hin die hat sie gar nicht hingelegt oder die liegt auch hier neben dort was wie wo oh oh gott ich bin einfach nur blind danke wo bist du wie alt bist du wie alt bist du wo bist du wo bist du wo bist du box will er absolut nicht reden gefriert temperaturen haben wir auch nicht das heißt die beiden können wir aus äh streichen glaube ich oder für siehst du noch mal reden versuchen äh ich suche gerade eher kann man erstmal das verfluchte objekt suchen oh klopf klopf v lampe bitte einmal ans fenster ob sie irgendwo fingerabdrücke hat auf der seite gibt es keine fingerabdrücke die sind dann außen aber hier auf der tür waren auch keine ja von außen kann ich kein foto machen das wir haben eine banshee naja sitze von außen zählt es nicht ist ja doof kann ich nicht von draußen drauf leuchten und du von drinnen fotografieren ne ja also wir haben eine banshee wie gehen wir vor ne banshee kann er jetzt nicht mehr über 50 jagen ne kurzig fix können wir nicht machen warte kann sie nicht ne der dämon kann er jetzt ab 100% jagen was ok so haben sie irgendwie geändert aber ich suche halt immer noch dieses verfluchte objekt gerade äh äh unsere sanity ist unter 40 oh der hantet jup oh wir brauchen sowieso unter 25% brauchen einen zeugen von für ein geister event und für unter 25% sanity oh ne er hantet doch nicht ich dachte was zählt denn als geister event die hat noch die tür vor meine nase zu knüpfen ne ne das zählt halt leider nicht als geister event äh ist zu so damit ich auch was wieder sehen kann nehme ich die cam wieder mit ach ja übriges wo du dich auch noch verstecken kannst ist unten im keller äh 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 Ist sie fertig? Ähm... 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 Weiß ich, dass sie sie erwischt hat. Das hat sie schon bei der vorherigen... ...hunt. Aber danach hat sie halt wieder gehuntet. Ja, also wenn du das Ghost Event noch machen willst, holst du. Ich bleibe im Van, ich bin durch. Das ist immer noch nicht gemacht? Nope. Ja Fox, ich weiß, ich habe ein Foto von deinem Körper. Okay, so geht's kurz, dass sie wiederhilscht... ...ASTRIGETES ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020